Das ist Andreas Lennl und der sitzt für die CDU im Deutschen Bundestag. Und Andreas Lennl sagt, eines dieser überflüssigen Gesetze ist das Gesetz über die steuerliche Gleichstellung von Lebenspartnerschaften. Dieses Gesetz ist der Einstieg in eine radikale Änderung der Gesellschaft. Da kann ich nur sagen, überflüssig. Zwölf Jahre gibt es nun die Lebenspartnerschaft in diesem Jahr. Für mich sind es schon zwei Jahre. Und ich würde sagen, ziemlich spät aufgewacht, Herr Lennl. Zwölf Jahre gab es Gesetzesänderungen, Urteile, Debatten und vor allem Menschen, die sich getraut haben. Wo war Herr Lennl in all den Abstimmungen? Oder hat er sie alle schon wieder vergessen? Ich will jedenfalls nicht, dass meine Stimme in Berlin überflüssig ist. Und deswegen finde ich sowas ziemlich überflüssig. Und du?